So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir testen ja mal Nuggets mit scharfen Soßen, beziehungsweise scharfe Soßen mit Nuggets. Ihr wisst, am Ende haue ich mir meistens die Madoc 357 hin zum Vergleich. Ich habe jetzt hier noch diese Samyang Bulldog to Spicy Soße stehen. Beim letzten Mal haben wir diese komischen Epas Soßen getestet. Chili Mango und diese Spicy Exotic Soße, die fand ich beide richtig gut mit dem roten Deckel. Mir fehlte aber die ganze Zeit mal wieder was Cremiges, gerade wenn du so Unmengen Nuggets kaufst und dann halt immer nur diese extrem scharfen, flüssigen Soßen hast, dass du ein paar Nuggets flüssig scharf machst und ein paar mit irgendwas in einer cremigen Pampe verzierst. Jetzt habe ich die hier gesehen von Goudas Glory Spicy Andalus Sauce plus Cruidic Picant. Das klingt schon irgendwie so holländisch oder so. Ich weiß es nicht. Hier steht hinten drauf, das besteht aus Wasser, Rapsöl, Zucker, Essig, Ei, Eigelb, Freilandhaltende Eier, Senf, Senf, Samen, Tomatenpulver, Zitronensaft, Maisstärke, Salz, Zwiebelpulver, schon wieder Gewürzesenf, Kräuter und anderes Zeug. Ob die jetzt spicy ist, ob die scharf ist, die sieht auf jeden Fall orange aus, die sieht cremig aus, eine Spicy Andalus Sauce. Von dieser Firma, in diesen Flaschen gab es noch viele andere Sorten, aber mich hat nur diese eine interessiert, weil ich mit der nichts anfangen konnte. Die möchte ich jetzt nämlich mal aufmachen. Da ist wieder so ein Nippus dran, den machen wir auch weg. Dann ist das bestimmt in erster Linie vielleicht für Pommes, schön Pommes da rein, wie wenn du hier so Mayo Ketchup Gemisch hast, weil das ist alles sehr cremig, dickflüssig. Ob das spicy ist, sehen wir gleich. Ich mache jetzt erstmal die Nuggets warm, dann testen wir mal diese Spicy Andalus Sauce. Sauce, das könnte das Thumbnail sein und dann vergleichen wir natürlich mit den anderen. So, die Nuggets sind auf jeden Fall fertig, die sehen jetzt so aus. Ich habe mal ganz kurz auch bei Google geschaut, was eine Spicy Andalus Sauce überhaupt ist oder sein soll. Hier steht Sauce Andalus, leicht scharfe Grillsoße. Ach nee, warte mal, das steht hier oben. Eine kalte Sauce, die auf der Grundlage von Mayonnaise, Tomatenmark, Paprikastreifen und gehackten Tomaten zubereitet wird, abgeschmeckt mit verschiedenen Gewürzen. Ich denke mal, das wird jetzt ein bisschen anstinken gegen die anderen Soßen, die man sonst immer so testet hat, aber egal, wir schütteln die nochmal. Dann wird das halt jetzt eine cremige Pommes Soße oder so. Mich hat nur das Spicy, was da draufsteht. Spicy, dass ich dachte, dass das was Fettes ist. Spicy Andalus Sauce. Ich beiß mir alle 5 Sekunden auf die Zunge, ich weiß nicht warum. Jetzt nehmen wir mal hier ein Nugget. Ein nackiges Nugget, machen mal diese Spicy Andalus Sauce drauf, wo schon wieder Luft, nur Luft noch drin war. Am besten immer, oh yeah. Am besten am Anfang immer mal so in die Luft pupsen, das ist besser. So, schön cremig, schön fettig, richtig brutal. Wow, ich bin total begeistert schon wieder. Die ist zwar mega fettig, weil das ja auf einer Mayonnaise-Grundlage ruht, aber die hat einen unglaublich genialen Geschmack. Als fettige Fettcreme mit Geschmack ist es auf jeden Fall, weiß ich nicht, genau das Gegenteil von allen anderen Sachen. Die hier ist so richtig schön, ja so diese Mango-Chili-Soße, das ist alles so flüssig, das ist so wie, ähm, wie so Salsa-Dip und das ist so richtig cremig und fett. Aber irgendwie hat es auch eine gewisse Schärfe dabei, dieses Spicy steht nicht aus Spaß drauf, also es ist auf jeden Fall angenehm. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, auch auf einem Burger. Eine schöne Soße für einen Burger, überall wo sie immer draufschreiben, Burger-Soße, extra für Burger. Probierst du und denkst, boah, das schmeckt einfach nur muffig nach Abfall, aber das, das ist richtig genial. Guck dir das Kot-Häufchen an. Aber auch sehen, es gibt so viele Hersteller, die einfach irgendwo an der Luz draufschreiben bei sich. Schmeckt sicherlich auch nicht alles gleich, aber diese Flasche, die ist zwar auch mega teuer, das scheint ein richtig guter Hersteller zu sein, richtiges Markenprodukt. Von Gouda's Glory. Also das kann ich empfehlen, zieht euch das mal rein. Ich will zum Vergleich nochmal diese Chili-Mango-Soße, die ich gestern hatte, probieren. Weil die müsste ja jetzt einfach so Salsa-mäßig sein. Salsa-mäßige Salsa-Soße. Pups mal hier auch wieder drauf. Auf auch einen schönen Haufen, genau. Auf allem dieser Wechsel, die kühlt jetzt den Mund und erfrischt nochmal ganz anders. Und die creme dir wieder alles ein. Deswegen, ich liebe das, wenn ich mir so einen Teller Nuggets zurecht mache und packe dann so verschiedene Dips, Soßen auf verschiedene Nuggets und esse die wild durcheinander. Dass du von einem scharfen, so einem cremigen, so einem milden, so einem fruchtigen Geschmack hin und her gehst. Das finde ich immer am besten. Jetzt probieren wir nochmal ganz kurz, dass wir nochmal mehr in die Schärfe reingehen. Die Samyang-Soße auf dem Nugget. Und natürlich die Madog. Das ist natürlich das schärfste Besitz gewesen. Madog muss auch nochmal einen Tropfen drauf. Und nachdem wir den Madog haben, die mir wieder den ganzen Mund verbrennt, brauchen wir nochmal die Spicy Under Loose, die alles abfettet und abdichtet. Und das ist genial. Also nehmt nicht eine Soße, nehmt verschiedene Soßen, macht die alle querbeet durcheinander für das ultimative Geschmackserlebnis. Das ist ein ganz kleiner Tropfen Madog. Oh. Dann machen wir das Under Loose Nugget zurecht. Das breitet sich gerade wieder mega aus. Madog einfach mega brutal. Pupsi macht irgendwie so einen komischen Topf sich gerade zurecht. So einen Eintopf, da einen Tropfen Madog rein. Das ist Paradies. Nochmal Spicy Under Loose. Perfekt. Also, die würde ich auch nochmal kaufen. Die habe ich im Kaufland gesehen. Wenn ihr mal im Kaufland unterwegs seid, schaut halt mal. Vielleicht kennt ihr das ja. Vielleicht habt ihr schon mal andere Under Loose Sauce getestet von anderen Herstellern oder irgendwas. Gouda's Glory Spicy Under Loose Sauce. Die würde ich nochmal kaufen. Genial. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses.